Pause. Ich will mal ihn kurz anrauchen. Und ich muss püri. Alles klar, aber Pause nur, wenn wir in den Hütten sind. Bis zur nächsten Jahreszeit. Oh. Okay. So, bin gleich wieder da. Sitzen. Ja, wir müssen unbedingt ein Quest machen, damit wir jemanden herkriegen, der... ...voll zu uns macht, ne? Du musst sie abkühlen. Ja, halt die Klappe. Oh, sieben, wir haben ja auch die Klappe. Oh, come on, Lordy. I'm better. wo denn da wir müssen unbedingt fest machen behalte die situation auch so nahe weit offen halten kriminelle bei dem sehr verdächtig diese guckte so eine frau kann womöglich mehr über den fall erzählen und suche den mädchen die jüngste kind von australia 500 münzen ja gut doch wo ist denn jetzt schon wieder die axt du hast doch gar keine klamotten mehr an mädel lass mich mit diesem scheiß zufrieden du hast keine klamotten an du bist nackig und dreckig du bist nackig und dreckig ja also eigentlich müssen wir uns hinlegen aber dann haben wir schon wieder nächste jahre seid egal okay so dunkel hier so dunkel hier macht ihr zwei jahre noch sind wir am laufen und machen und tun aber aber ist ich ich schlimmer da musst du die Augen aufmachen ja schön wär's ne ich seh leider überhaupt nix einfache Fackeln die können wir eigentlich mal auf eins packen kann ich die in den Weiß fangen ich geh mir ruhig sterben so ok ich hab keine Ahnung warum ich den nicht darauf ziehen keine Ahnung ja meine Wink und Wollte zünden alles klar hallo ich möchte noch was trinken danke nächste jahreszeit juhu ich bin ich bin nicht anpassen anpassen achso herbst jetzt müssen wir es wieder anziehen weil dann wird es kalt es kommt es kommt einfache Schuhe Hose äh einfache Schuhe einfaches Leinenhemd einfache Hose so wieder angezogen hi hi supi ich bin immer wieder weg alles klar ok ich bin irgendwie hoch jo nice das ist nice ich bin hoch komm aber die Stadt hat auf jeden fall ein See da kann ich jetzt mal baden dann besorbe ich unsere Holzfällerin dann hör auf mir die Ohren voll zu still man kann ja keiner tragen hier morgen du sollst dich trinken morgen du sollst dich trinken Wol cross mhm hm 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 gewartet ist ein Punkt ein bisschen wenn ich jetzt eigentlich wieder sauber ich glaube sie sind alle noch keine Wachner das hat sie hinter dir sind auch bald zwei Häusern ab der Pentnor hat zu ganz vielen Häuser bauen ja ich brauche Prozent ich glaube meine Christus darüber noch alles gut die irgendwo Kinder so ein Kind warte eins nein will ich ja nicht und ich gehe nur ruhig dafür hey hallo bist du das Kind von sonst wen warte mal wie haben wir Tagepum keine Panik Christus verfolgen okay ihr habt euch gegenseitig findet das jüngste Kumpf von Ostruja wo finde ich das finde ich denn das jüngste Kind habt ihr ein Kind ah ja danke für die irgendwo ich brauche Stroh Jesus das ist kein Haus ich suche ein Kind hallo finde das jüngste Kind in Ostruja ja ha Mensch moin hallo kleiner wie war ein Tag bisher mein Tag ist in Ordnung ich wollte im See planchen aber ich konnte meine Handschuhe nicht finden ich bin nie eins mein ziehen ich ziehe ich mir meine ziehe ich mir nicht mal aus okay warum so überlebt man aber äh das wusste ich nicht ich muss das finden das solltest du aber eigentlich wollte ich dich nach einem Brief fragen hast du ihn geschrieben das Kind ist fünf Mann vielen Dank liebe Frau wofür dafür dass du das gedacht hast dass ich lesen könnte sag mal ich kann nicht normal gehen ich kann mich nicht bewegen keine Sorge äh wie wir es dann immer recht haben okay nein die Schuhe sollst du nicht ablehren ach du bist doch so doof äh Brief von der Soße könntest du mir das hat mir ja klar wir haben wie Erfolg das ist unmöglich das sagen alle ich glaube es nicht Menschen künftigen sie wissen nur nicht wie ich glaube aber ich weiß es du bist nur ähm du musst dich auf den Boden umwiffen und dabei nicht gesehen dabei nicht treffen so wie die Wolken so machen äh was äh ok Wolkenhänger genau so wie du wie Steine und die es nicht machen was egal ich besorgte einen Bären kleiner Holzbär kriege ich den kleinen Holzbär her du bist so in den Dorf wo wir angefangen haben nein nein halt nur mal deine Ware nur die besten Produkte hier Filzhut mhm Hose Kappe Knie Stoffpuppe ne Stoffpuppe ne Stoffpuppe aber ich suche ja einen kleinen Holzbären bist du die andere hast du ein Holzbären hafer karotten kohlmehl blauen steinaxt wo ist auch keiner ja danke oh Lämpchen hallo oh bitte tschüss kostet es 300 ja wie ist es naja Axte ist gleich kaputt wo kriege ich denn demchen Holzbären jetzt her ja außenküriger ja außenküriger ja außenküriger ja wo ihr nicht also in unserem anfangsdorf oder so da war so eine komische kleine Sandkiste mit ganz viel Holzfigürchen drin ok ich weiß nur nicht ob da ein Bär mit bei war ja ich weiß auch nicht wo ich einen Bären herkriegen soll so einen kleinen Holzbären ja keine Ahnung ich wohne Axt liegt hier irgendwo noch was warte mal da hinten ist sondern so eine Axt gucken wer da drinnen wohnt was ich höre die nehmen kleiner Holzbär ja boah einmal gehauen fällt auf das ist gut hier ist Salz drin hier ist ein Waschzube brennholzstöcker hm aber irgendwie o 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 a A o ooo verhältnisse fallen lagerfeuer zäune plattform gebäude also selber machen kann hier anstatt nicht ich habe keine ahnung scheint ja auch nirgendwo kaufen denn das ist ein fischer den kann ich noch eine hat war zwischen die salz wo kriege ich denn hier eine bärchenfigur ja hast du eine bärchenfigur geht es die kleine ist junger keine sohn wenn wir verantwortung übernehmen müssen älter wird sie gewinnern hat ihr irgendjemand von euch kinder und irgendwie so eine bärenstatue irgendwo und der holzkiste nein gar keine spielen ich brauche doch nur eine dämliche holzfigur eine holzfigur ich bin sogar egal welche die findet man nicht aufregend ich bin ganz aufregend ich komme halt einfach aus aufregung ich brauche doch nur stroh gib mir bitte stroh bitte stroh das ist doch alles kacke nein mir fehlen noch zwei stroh das ist dein ernst ich habe keine holzbeeren figur gefunden toll ich weiß nicht wo ich da suchen soll lachs so habt ihr nicht sowas irgendwo hier eine kiste rumfliegen münzen 100 stück kann ich aber nicht machen weil dann stehe ich mach es einfach wenn die punkte abgezogen ach so wie ein holz und immer mehr stroh ist mich verarschen das ist hier drin hier vertreten wolle kriegst in diese puppe her kann ich dir echt nicht sagen wir werden im katastrofian verkauft oder besonders verkauft mit unserem wenig geld alles klar wenn ich mal kurz durch warum kann ich denn schon wieder nicht richtig laufen was was mache ich denn hier ich habe keine ahnung oh 13 holzstämme kann man dass ich so lange am arsch ich lauf das stimmt hat sich bringt ihr stelle da ist eine höhle sehr nett ja ne wir müssen da hoch gib gas es gibt gas gibt gas gibt gas schneller 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 er kommt er kommt er kommt geh weg er war ziemlich dicht alter ein bisschen blösen ist wie fast fertig muss immer recht bei so das nächste haus ist